Hi, super, dass du zuschaust. Bei genau dir wollte ich Danke sagen. Du hast mir das Jahr ermöglicht. Das Jahr 2016 war für mich super. Ich habe viel grübeln müssen, viele Entscheidungen getroffen. Es ist viel passiert, nicht nur privat, sondern auch im Bereich Fotografie. Ich konnte mich weiterbilden, super viele Aufträge bekommen und habe auch für mich ein Ziel für 2017 festgelegt. Darauf werde ich irgendwann mal noch ein bisschen genauer drauf zukommen. Auf jeden Fall wird sich einiges ändern und ihr werdet mich definitiv öfters vor der Kamera sehen beziehungsweise hinter der Kamera. Aber wie gesagt, danke und bleibt einfach ein bisschen dran. Wir werden zusammen Bäume entspucken. Warum es gefällt, war nicht so ganz, doch war leicht. Und Keksebacken haben wir auch. Und Dekorationen für das auch. Oh, verlosen wir wieder her. Das seht ihr nachher erst. So, ein bisschen weihnachtlich. Ich werde jetzt einfach mal den Baum schmücken, weil es einfach sehr wahrscheinlich zu lang dauert. Gefühlt 3-4 Stunden. Plenne ich euch einfach mal von rechts oder von links ein paar Bilder ein. Einfach so meine Best-of-2016-Bilder. Wenn du dich auf den Bildern wieder findest, danke dafür, dass ich dich ablichten darf. Und danke dafür, dass das eines meiner besten Bilder geworden ist. Auf jeden Fall bis gleich. Ciao. Bild kommt. ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal. 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 Schöne Weihnachten. Bis zum nächsten Mal.